Ich wünsche dem SC viel Glück in der neuen Saison. Viele Tore und eine tolle Bundesliga und dass wir in der Bundesliga bleiben. Ich wünsche dem SC Freiburg eine erfolgreiche Saison 2019-2020 und dass wir auf jeden Fall in der Klasse bleiben und vielleicht nächstes Jahr das Derby wieder gegen Stuttgart haben. Darf ich das? Lieber SC, alle aus meiner Klasse sagen, BVB ist richtig toll und Bayern, aber ich finde euch viel besser und ganz viele andere auch und ich wünsche euch viel Glück, dass ihr mal Erster werdet. Und in meinem Herzen seid ihr das schon. Also ich wünsche dem SC viel Erfolg, Klassenhalt und weiterhin so tolle Fans. Ich wünsche dem SC Freiburg, dass wir heute gewinnen und weiter so toll spielen. Ich wünsche dem SC Freiburg, dass sie es vielleicht diese Saison schaffen, auf die Europa-League-Plätze zu kommen und weiterhin so ein cooler Verein sind. Ich wünsche dem SC Freiburg wenig Verletzungen, flach spielen und immer hoch gewinnen. Danke. Viele Tore! Hallo Nüßen, hallo Petersen, hallo Mannschaft, ihr schafft das. Wir glauben an euch, ganz im Ernst und so. Seid für uns da und macht einfach weiter, wie ihr seid. Viel Glück, viele Tore, viel Erfolg SC Freiburg. Also wir wünschen dem SC Freiburg viel Glück für das Spiel und viele Tore. Und dass die Gegner keine Tore schießen. Ich weiß nicht was. Wir freuen uns, dass wir auch im neuen Stadion Erstklassig bleiben werden mit euch. Viel Glück! Also wir zwei wünschen dem SC Freiburg alles Gute für die neue Saison. Viele Punkte und viele Tore. Was wünschst du dem SC Freiburg? Viele Tore. Dass der Niedpeter 80 Tore schießt. Ich hoffe, dass Freiburg dieses Jahr aufsteht. Ich bin sicher, dass sie werden. Und ja, Grüezi aus Südaustralien. Hallo zusammen. Ja, ich wünsche dem SC natürlich viele Punkte und dann wieder eine Klasse halt. Weil das ist ja ganz wichtig jetzt dann für das neue Stadion auch, dass wir Erstklassig bleiben und alles Gute und keine Verletzungen hauptsächlich auch. Also ich will, dass er jetzt mal besser abschneidet als nur 13. Platz. Aber ja, mal die FB-Fokale sollen sie auch mal besser werden. Ein guter Torwart. Also wir wünschen dem SC viele geile Siege und noch ein super Jahr im Schwarzwaldstadion. Viele Tore. Also wir wünschen dem SC alles Gute und ganz viele Tore. Und den Sieg gegen die Bayern. Dass er viele Tore schießt. Ich wünsche mir für den SC, dass er eine gute Saison hat und sie viele Tore schießen in der Saison des Spielers. Ich finde es gut, dass Freiburg fast nie verliert. Ich wünsche der Mannschaft, dass es nicht so viele Verletzte gibt und dass sie eine gute Saison spielen und nicht absteigen. Und ich wünsche uns, dass wir auf viele Tore schießen. Ich wünsche Freiburg, dass sie viele junge Spieler kaufen. Eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison für die Spieler. Und das wäre mal ganz schön. Wieder ein Unentschieden gegen Bayern München. Vielleicht sogar drei Punkte. Und in der oberen Tabellenhälfte wäre nicht schlecht. Wie ist der Mannschaft?